Willkommen beim DOC-Fest. Hallo, mein Name ist Daniel Sponsel, ich bin der Leiter des DOC-Fests München. Mein Filmtipp ist der Film Ultra von Belas Simoni aus Ungarn. Und das ist ein Film über einen Ultramarathon, der ja nicht stattfindet, von Athena Sparta, über 246 Kilometer. Und der Film begleitet eben die Läufer im Jahr 2016. Was ich spannend finde an dem Film und was ich mitnehme aus dem Film ist, wie weit Menschen gehen können in ihrer Freizeit, es ist ja nur eine Freizeitbeschäftigung dieses Laufen, sich also wirklich quälen können und mit welcher Leidensbereitschaft sie sowas angehen. Und das finde ich bemerkenswert. Abgesehen, dass es ein Film ist natürlich für alle Sportler und für die Läuferszene, ist es ein Film, von dem ich finde, dass jeder ihn sehen könnte, weil ich finde es einfach immer spannend zu sehen, was andere Menschen so machen. Und gerade wenn sie halt verrückte Dinge tun oder extreme Dinge, das finde ich sehenswert für alle Zuschauer und Zuschauerinnen.